hallo leute herzlich willkommen bei battlefield 1 auf der ps4 wir machen wieder eine neue runde eroberung online spielerlebnis wird erstellt verbindet einwandfrei vielen vielen dank an euch vielen dank fürs einschalten und wir machen multiplayer schnelles spiel und eroberung so da sind wir auch schon im grünen und wir treten bei voll 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 ist alles voll aber wie lange machen die denn schon jede minute so immer direkt in den flieger ich verdrückt scheiße dann gehen wir ins moped ich kann das nicht und diese sich vor dieser steuerung wir haben einsatz ziel cäsar erobert auch gut 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 gibt informed Geht das hier hoch? Ja Ein geparkt Oh Die Schnauze, was ist denn das? Oh, der Bomber Versorg deine Wunden Einwandfrei, da sind sie Die Hilfe Au, au Oh, geil, Glück gehabt Hier, erste Hilfe Ich habe den Eindruck, der näht jetzt schneller Auch bei mir Ah, Mist Haben wir das eingenommen? Ich treffe mich nicht schon von da hinten Ich verstehe das ja auch nicht Hinter dem Berg Aber haben wir eingenommen Das ist ja alles gut Oh, der hat mir eine Granate geworfen Ich werfe eine Granate Na klar Achso, ich dachte schon, der Flieger war das Oh, gibt mir das auch eine rote Eine rote Karre Ach, nicht da hinten Ich komme nicht weiter Ach, Mist Mann Ich habe es wieder nicht gesehen Die nehmen das schon wieder ein Oh B ist auch weg Und dann ab zu B Den ganzen Berg hochlatschen hier Eine tolle Wurst Oh, da sind die schon wieder am einnehmen Und A ist da unten Wir verlieren Einsatzziel Cäsar Hier, erste Hilfe Ein Ohr juckt Oh, alles von hier Wo sind sie? Da hinten Ranner, hör raus Hier oben ist man ja Ach Mann, da oben war noch einer Das gibt's da ja nie Was soll denn das? Aber heute ist es dann 比較 Schnellen Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Oh, fuck, der war ja in Süd. Vier, fünf Leute. Guck mal hier, Trophäe erhalten, Sanitäterinberufung. Ach, schau her. Oh, das ist halt voll. Das gibt's doch ja nicht. Dick, 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 dick. Und eine trifft. Naja. Höhe macht. Wir haben Einsatzziel David erobert. Hallo. Oh, Mist. Da unten. Ach, das gibt's doch ja auch nicht. Das gibt's alles nicht. Wie oft, das gibt's. Aber, siehst du ja. Gibt's doch. Hier Mann, Erste Hilfe. Ich werfe dir gerade auf. In der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat-Kit verfügbar. Hast du Luft? Ja, hat er. Erste Hilfe, nehmt schon. Ich zieh mir die Wunde an. Ich schick dir eine Granate. Granate! Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Wir sollen vorausschießen! Komm in das Kampfgebiet zurück. Oh, Panzer. Ich kapitze. Komm in das Kampfgebiet zurück. Okay. Wir haben ihn dort. Wir haben ihn nicht durch. Wir haben ihn nicht durch. Ist alles sauber? Ist alles sauber? Du bist verletzt. Ich kann dir helfen. Ach, kommt da in der da. Komm nochmal hier lang, Mann. Wir haben Einsatzziel David verloren. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. weiter, Scheiße! Da sind noch welche. Nein! Ich wollte mich gerade hinlegen! Da sind die ganzen umgelatscht. Ach guck mal, die ist jetzt auch weg. Dann laufen wir hier, jetzt fängt er in den Flieger, ach so scheiße. Oh, das ist jetzt. Irgendwann kommen die Kratzer in den Panzer rein. Wie bitte? What? Das ist ja ja nicht möglich. Wir haben nur ihn führt. Das gibt's ja ja nicht. Das ist ja nicht möglich. Okay, gott mal. Erst helft, rat zu. Erst helft, rückkommen. Hier, erst helft. Oh, da oben können wir uns hütt wegsnapern Haben wir? Ja Wir haben Einsatzziel Emil erobert Mann Dumme Sau Das gibt's da ja nicht Wir haben Einsatzziel Emil erobert Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert Ist hier mit seinem Bike Oua Braucht jemand erste Hilfe Habe ich dich Sack Ich hab wohl hier rechts Da oben gestimmt Aua Fuss Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren Wir haben einsatzziel Cäsar verloren Wir haben eine Schuldsportile bis jetzt doch Schießt immer noch von hinten hier Was ist das? Körger, 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 körger das ist ja alles voll rechts links überall nichts gesehen war auch dumm darin zu retten mit der spritze in der hand jetzt mal hier rüber gehen die säure haben schon wieder eh wir haben einsatz ziel emil verloren oh flieger wenn wir tot kommt da ich helfe dir wir haben einsatz ziel ach miss unser luftschiff ist unterwegs was ist da los sind wir wieder da weglatschen hier wir sind völlig im arsch unser luftschiff ist eingetroffen dieser dämische flugzeug wir verlieren einsatz ziel wie würde jetzt nicht da ich starten oder da aber die haben wir gleich wieder schon mal schon fast 150 punkte weg ich glaube den zu spät gesehen das ist schön wie so ein chameleon in der wand geliecht und sich jetzt harnt was machen die denn da bei emil ihr müsst die leute abschießen ach zu kurz lag der da am rasen hat den nicht gesehen wird die psa ja nicht mann wir haben einsatz ziel zäser verlobt auf weg hin bin nicht tot Jawohl. Aua. Mann, du sollst sie hoch. Scheiße. Hier ist die Luft raus, Leute. Wieder mal eine Niederlage. Danke. Meine Kameraden. Oh. Das ging ja nicht. Alter, hier geil, oder? Wie geht das an? Ach man, ich wollte gucken. Krass, wie das weg. Alter Schwede. Alter, aber alter. Fett. Ich wollte nicht runter. Scheiße. Ach man, was nehmen die denn immer? Was ist er denn da? Eingerastet. Schön in der Fahne, eingerastet. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Schön. Schaffen wir damit trotzdem. In der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat-Kit verfügbar. Ich sehe ja niemanden. Da oben war einer, oder? Nix los hier. Ach man, ich verpasst die alle Reaction hier. Na ja, wo habt man? Habt ihr nicht getan? Er ist Hilfe! Schick, Granate. Mann, äh. 100 Punkte. Es ist immer so im Schnitt 100 Punkte, oder? Oder ich hab nur so irgendwie viel. Das kann natürlich auch sein. Wenigstens mal D einnehmen hier. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Das war's. Schade Leute. Leider, leider wieder verloren. Und ja. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zusehen schon mal. Und wenn es dir verändert, lass doch einen Daumen nach oben da. Oder ein Abo. Wir gucken noch mal kurz bei den Punkte rein. Soll das jetzt alles immer noch nicht. Ja. Ejo. Guck mal hier. 38 Stunden für die Ene Möp. Börter. Bester Trupp. Herzlichen Glückwunsch, Jungs. Zeig mir die Punkte. Highlights. Ach man. Punktestand. 4. 7. Ich war wieder der Beste von unserem Trupp. Mensch. 16 Kills gemacht. Wahnsinn. Und 17 Mal gestorben. Wieder mehr gekillt worden. Ach Mensch. Und Trupp? Wie viel habe ich denn geheilt? Eroberte Flaggen 5. 17 Mal gestorben ist unser Team. Eroberte Flaggen 11. Erteigte Flaggen. Steht nicht da. Steht nicht da. Persönlich. 16 Kills mit dem EWR 15. Einmal frei. Ja Leute. Ich bedanke mich wie gesagt fürs Zusehen. Und ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss.